Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute den Alpinpullover vom österreichischen Bundesheer im Vergleich zum Schweizer Armeepullover, genannt Wullesau, vorstellen. Beide Armeepullover befinden sich im Originalzustand und sind ca. aus den 80er Jahren. Beide Pullover haben durchaus ihre Berechtigung im praktischen Einsatz. Der eine vielleicht mit einem bisschen mehr modischem Schick, der andere mit etwas mehr Funktionalität und Robustheit. Beide Pullover wurden von mir in den 80er Jahren gekauft. Der Kaufpreis lag damals bei ca. 20 Mark. Heute ist es etwas problematisch diese Pullover in großen Größen zu bekommen und die Preise liegen bei dem Wullesau ca. jetzt bei 70 Euro. Der Alpinpullover im Originalzustand schwer zu bekommen im Nachbau um die 90 Euro in großen Größen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. . Untertitelung des ZDF, 2020